Ein junger Mann im Rollstuhl bei einer Lesung. Tsunami im Kopf, heißt das Buch. Max, der Autor, ist gerade mal 18. Sein Freund Till liest für ihn, Max hat erlebt, was man nur mit Grauen und Horror beschreiben kann. Angenommen, mein Gehirn sei eine Vase, die in tausend Teile zerborsten ist, nachdem man sie auf den Boden geworfen hat. Dann kann man hinterher die Bruchstücke vielleicht wieder aneinanderkleben und möglicherweise wird man eines Tages sogar wieder Blumen hineinstellen können. Aber die Vase wird niemals wieder so sein, wie sie einst war. Vor vier Jahren. Max Sprenger ist ein typischer Teenager. Er will hoch hinaus, hat Träume, Pläne, Kraft. Er hat Übermut und denkt, er kann alles erreichen. Max liebt Parcours, hat viele Freunde und liebt seine Familie. Max heute. Was beschwerlich aussieht, ist doch ein kleines Wunder. Max hatte einen Schlaganfall, war komplett gelähmt. Als ich aufgewacht bin, war alles anders. Anders beschreibt das neue Leben der Familie ungenügend. Und doch, Max' Geschichte zeigt, dass man in einer Katastrophe sogar riesiges Glück haben kann. Und dass Traurigkeit relativ ist. Es gibt ja auch bei Max ganz oft traurige Tage. Und dann sagt er zu mir nach einer Zeit, Mama, was soll's. Das Leben war mir vorher sowieso zu einfach und jetzt habe ich halt eine Herausforderung. Jetzt fange ich nochmal unter Null an, aber ich schaffe das. 2015. Katzernbad in Holland. Hier macht Max mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinen Geschwistern wie so oft Urlaub. Er macht Quatschbilder, was man halt so macht als Teenie. Das Handy hält den letzten gesunden Tag inklusive reichlich Übermut fest. Max wagt einen Salto. Der letzte Salto seines Lebens. Dann aus dem Nichts. Abends Unwohlsein. Am Morgen Übelkeit. Kopfschmerzen. Irre Kopfschmerzen. Ich hatte sehr starke Kopfschmerzen. Es wurde immer schlimmer. Alle sind zunächst ratlos. Aspirin hilft nicht. Krankenhaus. Max lalt. Den linken Arm kann er kaum noch bewegen. Chaos. Aufregung. Max wird ins künstliche Koma versetzt. Lebensgefahr. Eine Computertomographie zeigt schließlich das Desaster. Ein Schlaganfall aus dem Nichts. In dem Moment hieß es einfach, ihr Sohn hat eine Blutung, wir können nicht operieren. Und wenn die Blutung nicht aufhört von selbst, dann würde er es nicht überleben. Und in dem Moment, ich weiß nicht, das kann man überhaupt nicht realisieren. Das kann man auch nicht in Worte fassen. Das ist, hallo, gerade waren wir noch am Strand und jetzt liegt mein Kind da. Und kämpft dann ums Überleben, das kann ich nicht beschreiben, kann man nicht in Worte fassen. Max überlebt, aber im sogenannten Lock-in-Syndrom. Das heißt, er bekommt alles mit, hört, riecht, verspürt Schmerzen. Aber wie eingefroren ist der Körper. Komplett gelähmt. Wachs kann eingeschränkt sehen. Im Bett schaut er Tag für Tag auf Wände und Schalter. Der blanke Horror. Die Prognose der Ärzte, das bleibt so. Es ist wie in einer Gefängniszelle, die auf deinem Körper beschränkt ist. Als wäre man in einem Anzug aus Kleinen gefangen und kann sich darin nicht mehr wehren. Nach knapp drei Monaten dann ein kleines Wunder. Ein Finger bewegt sich, dann die Hand, der Arm. Immer mehr Funktionen kommen wieder. Als ich meinen Fuß das erste Mal wieder auf den Boden gestellt habe, hat sich das wie komplett neu angefühlt. Das Hegau-Jugendwerk am Bodensee. Ein Reha-Zentrum für neurologische Schädigungen. Max ist zu einem langen Check-up da. Vor drei Jahren hat er hier die Gänge unsicher gemacht, trainiert, um seinem Körper mehr Selbstständigkeit abzuringen. Krankenschwester Annabelle Meier trifft er zum ersten Mal wieder. Hallo. Alles klar? Ja. Schön, dich zu sehen. Gleich, bald. Wie geht's dir? Ich hab nichts am Pfarren. Ich dich auch? Alles gut? Ja. Wenn ich an das erste Mal denke, wo ich ihn überhaupt gesehen habe. Ja, oha. Das war relativ frisch nach dem Koma. Da war er natürlich einfach so ein... Er hat sich jetzt gemeint, so ein Sack mit Haut und Knochen, wie er da im Rollstuhl drin gehangen ist. Und jetzt hat er sich gut gemacht, sind wir alle ganz stolz. War auch ein langer Weg. Wie lange warst du insgesamt hier? 18 Monate. 18 Monate, ja. Auch die Mutter und die Geschwister wohnten damals in Geilingen. Max' Schlaganfall hatte das Leben aller komplett verändert. Heute geht es zur Untersuchung bei dem Arzt Dr. Wolfgang Elmlinger. Der ist mit seinem Patienten hoch zufrieden. Viele Muskelfunktionen haben sich enorm verbessert. Es gibt Hoffnung, dass Max wieder eigenständig laufen kann. Sehen Sie, Versprenger, da kommt was. Sehen Sie, super. Dr. Elmlinger weiß gut, was Locked-in bedeutet. Quälende Einsamkeit. Es gibt Patienten, die deprimiert. Es gibt Patienten, die depressiv sind. Es gibt Patienten, die sich eigentlich, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch umbringen, selber umbringen würden. Aber das hat man ja noch nicht mal in dem Zustand. Ja, nein, das hat man nicht. Die Möglichkeit hat man nicht. Mit diesem Suizid, ne? Also Max hat das schon auch am Anfang überlegt. Und dann, wie die rechte Seite wieder funktioniert hat, dann hat er zu mir gesagt, das war dann ein Witz. Also so sein Humor, da hat er gesagt, Mama, jetzt geht's ja wieder. Also der Max hat mir, als er zu Hause war, mal gesagt, Mama, wenn ich wieder eine Nachblutung bekomme, versprich mir, dass du mich nicht mehr ins Krankenhaus fährst. Versprich mir, dass du nichts mehr unternimmst und dass du mich einfach hier zu Hause lässt. Das ist Hartkost. Reha, monatelang, das ist Höchstleistung. Und Langeweile. Unfassbare Langeweile. Reha bedeutet fremde Badezimmer, Zeit, die schleicht. Seelische Einöde, ewige Stunden im Bett. Nur eine Hand gehorcht bei Max dem Kopf. Er tippt damals auf dem Handy, etwa 300.000 Mal, zwei Jahre lang, dass Buchzunami im Kopf entsteht. Aber ich musste das an meine Möglichkeiten anpassen, weil anders ging es überhaupt nicht. Und meine Gedanken mussten aber einfach raus. Genauso ausdauernd, wie Max beim Schreiben seines Buches war, so verfolgt er seine tägliche Reha. 14 Einheiten hat er in der Regel wöchentlich. Auch Logopädie steht auf dem Programm. Sprache ist für ihn der Schlüssel für die Teilnahme am Leben. Seine Mutter hat ihm alles untergeordnet. Als Krankenschwester kann sie nicht mehr arbeiten. Ein Eigenleben hat sie nicht mehr. Nein, eigentlich nicht. Aber ich mache das gern. Das ist mein Kind. Ich liebe mein Kind. Und wenn ich jetzt hier so sehe, wie er arbeitet, wie hart. Also das geht mir schon nah. Also das ist so viel Arbeit und so viel Kampf. Und es berührt mich jetzt, wenn ich hier auch dabei bin. Ich bin ja nicht immer in der Stunde dabei. Muss ich schon schlucken. Die Tage sind getaktet durch Transportfahrten. Noch kann Max nicht alleine gehen. Aber er wird immer geschickter. Ich wünsche einfach mir, dass er läuft. Das ist so auch sein großer Wunsch. Dass er sich sein Leben, ja, dass sein Leben einfach selbstständiger wird. Dass er irgendwann ein selbstständiges Leben führen kann und nicht mehr auf Hilfe angewiesen ist. Eine Gesamtschule im hessischen Solms. Hier hat Max vor einem Jahr den Realschulabschluss gemacht. Sein Berufswunsch? Journalist oder Schriftsteller. Dem Erstlingswerk lauschen an diesem Tag lauter 14-Jährige. Wer schreibt, der bleibt, heißt es. Und ich wollte etwas schaffen, das bleibt. Etwas, das man noch lange lesen kann. Auch wenn ich selbst schon längst nur noch Asche und Staub bin. Vor dem nächsten Buch steht jedoch die Frage, ginge das Abitur? Kognitiv kann der alles erreichen. Abitur ist kein Thema, würde ich sagen, für Max. Man muss halt immer gucken, wie ist es rein, technisch, motorisch umzusetzen. Also wie schreibt er, da muss man technische Hilfsmittel haben oder irgendwelche unterstützenden Personen. Aber der kann eigentlich alles erreichen. Glück ist Relativ- und Ansichtssache. Freigelassen aus dem Gefängnis des Körpers ist jeder Spaziergang mit Freunden genial. Geduld und Ausdauer hat Max für fast alles. Es ist Max, es ist typisch Max. Ich will was, ich mache alles dafür, ich gebe meine ganze Kraft, meine ganze Energie und ich gehe auch irgendwann zu Stern TV. Das hat Max auf seinem langen Weg mit dem heutigen Tag auch geschafft. Schبي���圆